ich weiß es nicht und damit wir kommen zurück zuletzt player mario kart habt ihr von diesen neuen verschlägt bekommen letzte woche furchtbar steampunk du blaster ich will gerade passen zu deinem mario karting was anderes sagen einfach mario kart im neuen mario bros film trailer das gefühlt ist ziemlich überladen apropos mario ist mir egal über unsere erste schlacht hinaus bestand hatte aber sein wunsch nach rache an misera die seine schergen befehligt hat war stärker als sein verlangen danach prinzessin peach zu entführen oder mario im kampf zu besiegen lebensformen werden von verschiedensten faktoren motiviert und nicht alle davon sind tugendhaft übersehen ja gut so heraus den stream gestartet fast denke ich da so viele rabbits kargmaltal verlassen hatten um gegen miseras schergen zu kämpfen kam der wiederaufbau des planeten fast zum erliegen doch wenn misera dachte dass sie den wiederaufbau komplett stoppen könnte dann hatte sie ihre rechnung ohne mutti und ihre remits gemacht wild ich finde schön dass wir das auch als eine chronologische reihenfolge bekommen hier in der welt in anderen welten was irgendwie ja hätte man es auch bekommen können so aber haben wir nicht ein kamek perfekt einfach level 27 kate marshala ja wir brauchen ja noch zwei kameks für die eine mission es gibt anscheinend akkano ob nach der windmühle noch was kommt eigentlich gab es immer so gibt es immer zwei etaten als ob das zweite etat ich habe ich hoffe dass ich schnell kommen weil wir jetzt eigentlich schon ziemlich lang in der welt drin sind die besiege alle drei gegner fangen voran ist okay heilen einsame energie und dann kann ich nämlich gut mehr faden machen der lässt sich nur einen guten tag passiert was ein loser so mario geht jetzt mal ein bisschen deckung und tötet ihn denke ich tötet ihn sehr schön danke okay ich kann meine rad 3 stärker machen dann tötet ihn doch bestimmt ja ne 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 ja dann weg mit dir kann den hier von rechts hin Hier ist ja volle Offensive, wobei ist eigentlich ein bisschen dumm bei ihm, aber egal. Kriegen wir es auch platt. Aua! Das kann zweimal rasen. Nett. Kannst du den? Biu, 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 biu. Ah, Rebekong weiß es nicht. Herr Rebekong weiß es nicht, hat irgendwie keine Ahnung. Das Wind schon besser. Ja, und wenn er nun nicht mal Dontkenken auftaucht, ist das eine einzige Enttäuschung. Dann würden wir den nicht mehr auf den Boden hauen lassen. Aber vielleicht mit den Animationen an hätte, es wird dann etwas kommen. Kann natürlich sein. Oh, stimmt. stimmt das ist auch nicht meine schuld so wir haben den weg hier abgeschlossen ich kann mal kurz den shop gucken letty shop das ist ein angebot extra rasselerei ein bisschen das brauche ich nicht richtig power blocker weiß ich benutze nur weil ich sie habe der bewegungsradius kann man sich mal gönnen ich habe jetzt viel von das habe ich ein paar mal benutzt und ansonsten sparen wir halt noch da können wir jetzt den wegser mit mülle freimachen oh boi dorten eingesetzt blockiert als nichts blöcke jetzt einfach nur da steht etwas ok dann gucken wir mal was uns auf der mülle erwartet ob jetzt heute schon den entbruch sehen und da unten ist auf jeden Fall ein Rückweg nach dem entbruch ob er jetzt so ein entbruch ist jetzt kein bock und zu sehen ohne karten kann man machen könnte mich hören ich werde das ding auf meiner windmühle lege ich das so schneller kann ich euer gerät auf vordermann bringen hoffen wir heute neue hauptaufgabe ja ok es gibt dann den schein dann direkt den boss der ist halt so kann man auch nicht viel tun ja außer hat die folge in acht minuten beenden naja ja warum nicht wäre ein schock gefährlich würden in den rädern darf man nur am ersten april oh hört mit youtube auf hm an deinem geburtstag schütze ah schützen schützen hatten wir schonmal schütze drehmechanismus also quasi ein überleben ding schütze der deutsche sprache 8 runden lang überleben aua ja dann gucken wir mal ins team rein kräfteln bürger lässt sich sagen mario ist halt mario browser und da wird luigi ansonsten halt der gegner verjagen das hier und wind unsichtbarkeit browser kann weiter auch regina wiederbeleben haben aber regina würde ich weg machen für leute rufen claudius claudius und aqua shaker für den spritzigen wasser effekt ja gut dann ich muss auf klo die haben das ding hat drei treffer weg das ist ein bisschen schlecht das wird ein langer kampf hier ist niemand dort leute ich habe ungefähr die gleiche farbe okay kann man da kann es einfach abfallen aber dann fühle ich mein kumpel so abhalten ich will dich dann auch nicht oh ich will dich dann schwach machen browser Das war's. Ah, der Boden! Ah, der Boden! Okay. Der Boden wird dann elektrisiert. Aua! Gesundheit! Danke! Mann ey, das ist ja auch immer... Jetzt schon neue Portale. Aber hier nur eins. Und die haben dann noch nicht so viel neu. So, Mario ist tot, aber das ist kein Problem. Mhm. Ich war mir Regina. Was sagst du? Oh Gott. Ich hab mich verschluckt. Ich sterbe. In der Aufnahme. Immerhin. Geil. Ei, 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 ei. Okay, Mario. Hotel Mario. Gutes Spiel bestimmt. Gutes Spiel bestimmt. Okay, Luigi. Boah, hier. Der ist halt ein bisschen... Der ist halt ein bisschen... Der ist halt ein bisschen gegen Wasser immun, ne? Der hat eine schwächende Raserei. Bild. Der Typ ist... Der ist halt gegen Wasser immun hier. Ja, okay. Ja, okay. Zing! Der ist ein Feuer. Der ist ein Feuer! Der ist eine Feuer! Der ist ein Feuer. Die beiden Typen da sind so ein bisschen blöd, muss ich zugeben. Ich baue halt Gewassentier, okay. Okay, der könnte Mario wieder anziehen. Aber will man Mario doch mal ausziehen. Das habe ich nicht gesagt. Doch, hast du. Ist doch bei uns. Oh fuck, ich wollte eigentlich schon mal rüberspringen. Weil jetzt kann ich doch nicht mehr... Hä? Ja, okay. So. Ey, hier ist halt ein bisschen doof. Ja. Oh, man kann sich noch bewegen. Na gut, dann gucken wir mal was jetzt passiert. Okay, gut, im Moment unempfindlich. Gut. Schauen wir mal was einfach. Er hat sein Kumpel getötet. Okay, da kommt jetzt einer raus. Und dann macht er eine Beschwörung. Können wir schießen. Ist doch ein bisschen doof. Wenn die weit weg sind, ist das erstmal okay. Komm, wir fangen an an, da ist ein Portal, genau. Oh, das kann ich jetzt erstmal noch... Ahnung... Warte, was ist der Typ jetzt ein bisschen doof. Mario... Ist hier noch jemand? Der da hinten. Ja, gut. Warte, können die da hinten irgendwie loswerden. Warte, warte, warte. Na gut, nix! Der Typ muss halt jetzt weg! ich kann zwei sachen ich könnte mir noch mal raserei geben von oben vielleicht aber wenn ich dann mehr schaden der macht jetzt erst mal nichts da die links finden die gefährlich da hinten ist ein portal und die da drüben sind schon gespawnt ja bei ihm geht es auch nicht so gut aber gleich mal eine heilung auf jeden fall wie der ist erstmal egal kommt da raus, da fallen auch wieder zwei gegner ach ja bowser, bowser, bowser ich bin halt jetzt fertig so ein bisschen ja ja jetzt ein bisschen was aber ich glaube wir sind ganz gut dabei was gibt es hier noch da ist so ein typ da sind zwei da ist gerade niemand da sind wir in diesem Fall ja ja das ist gut und da ist man so weit nach vorne wie geht kann ich nicht mehr bewegungsradius geben kann ich auch mal daschen aber ne luigi mein boi die bau soll der hat machen dann singen den wird einfach auch nicht ignorieren erst mal wenn du nicht näherkommt das portal auf beiden seiten jetzt wird es ballern war nicht das ja es ist das weiters und fahren durch den strom angestürzt genau an claudius rufen keine gegner da oder dann positioniere ich mich darf meine hellen lips zu benutzen weil irgendwas wird da gleich rauskommen und das kill ich dann letztlich nicht aber der kennt mich nur einer jeweils das ist ja loppen mal für die kommunale anleiten leute alle laufen bausamen guter mario geht er mal weg also ist noch einfach das hier sehr weit weg man kann es halt nur aufwsehen ok 2 mal drauf fließen hat nicht so viel gebracht ja da hinten ist erstmal ein problem da kommt niemand und da hinten sind Leute auch viele portale jetzt das heißt leon das ist ja nicht so gut gelaufen das macht sich schon mal bereit für eine heilung gleich warum kriegt er da hinten schaden was hast du für eine riesen explosionsreichweite das ist ja nicht so gut ich habe mich auch mal gewundert kann man Autos suchen? na geht nicht ja der macht sich nicht unsichtbar Okay, die anderen beiden sind tot. Manno, ich bin gut. Ja, da kommt noch einiges raus. Schöner Auto. Unserem Vetter. Okay. Gerne. Er wollte den Schmerz. Wenn eigentlich die Leute neu kommen, ist das eigentlich erstmal egal. Dankeschön. Ja, noch zwei Runden, okay. Ja. 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 Leon ist auch schon eingeschlafen, glaube ich. Was ist denn so? Kann Paula noch? Paula kann noch. Tja, wer war das? Ach, toll. Mario ist alles tot. Mario ist missing. Oh. Ich greife ihn mal an. Ja, ich lebe nur. Ah, mach doch mal. Ja. Ja. Okay, letzte Runde, die werde ich überleben. Oh, guck mal. Weil die schon mal brennt geraten, könnte ich nicht mehr richtig laufen. Weil der ist böse. Deswegen hat er uns angegriffen. Äh, ach ne. Pausa. So. Der hat noch vier Leben, glaube ich. Kenner. Stirb halt einfach. Okay, Mario. Die hier können jetzt nichts krass machen. Auf der Seite. Der will schon. Ähm. Hm. Egal. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass man auch nicht einschlaft gehört. Ich wäre ein bisschen fies. Ähm. Ähm. Schaut mal auf. Ja, der kann ich nicht machen. Fehler kann auch was machen. Meine Güte. Komm. Nee, komm. Nee, komm. Weil wir haben noch nicht verloren. Von daher. Er kommt in den Schuss. Okay. Gut. Ja. Wir sehen uns mal mit Mario. Cool. Endlich. Hey. Dreifachsprung. Juhu. Und Mario hat die große. Alle tot. Und level up. Eieieiei. Pulp. Puh. Puh. Ich hoffe ich könnte einfach die Folge wenden. Das glaube ich weniger. Schon da unten mal einen aus dem Spark. Werinnerst du durch? Was auch immer. Wir sehen uns. Ach ja. Bipo, findest du auch, dass irgendwas an diesem Funkspruch seltsam klang? Offensichtlich haben meine hervorragenden Führungsqualitäten und mein entschlossener Einsatz Muttis Umgangstun erheblich verbessert. Obwohl überbackene Käsebrote bei diesem heißen Wetter tatsächlich eine ungewöhnliche Wahl sind. Ja, wir warten ja natürlich immer nur um eine Spark Jägerin. Wir haben den ersten gereinigten Energiequistall gefunden. Ich würde jetzt noch ganz kurz ins Levelmenü gehen. Ich glaube, hier ist jetzt einfach die Röhre. Okay, perfekt. Aber wir haben jetzt einige Punkte bekommen, da willst du uns kurz gemeinsam zeigen, was wir den Helden jetzt geben. Fertigkeiten, boah, Mario hat das zum Beispiel hier ganz oben. Oh, irgendwas wollte ich ihm geben. Ich glaube, das hier. Wenn ein Gegner durch Marius' Heldensicht besiegt wird, ein Bonusladung hinzugefügt. Ja, gönn. Würde ich natürlich sagen. Baus hat hier was. Was ist das hier? Ja, ich halte es höchste, ne? Baus, super. Ähm, mehr Zielscheiben, was ist extra Raserei? Da komm mal extra Raserei. Och. So. Ähm. Extra Raserei. Wir haben jetzt schon ziemlich gut die ganzen Leute quasi hier aufgewertet. Nicht gut. Nicht gut. Meine Güte. Steuerung. Ähm. Was soll ich mehr tippen, Leon? Was? Niemals. Okay. Ja, löschig Bart. Ja, der hat, der kann halt den Maximilien Dinger nur. Peach. Eine Stunde Info-Morgen braucht heute noch eine Beschreibung, ne? Ja, klar. Peach vielleicht. Ich bin jetzt auch kreativ bei Beschreibungen. Kommt mal eine Stunde ins. Eine Barriere-Ladung. Ja, komm. Klingt doch ganz sexy. Okay, da ist das höchste. Da gibt es das höchste, was wir sie lösen können. Kritische Raserei. Jeder weitere Raserei-Eingriff verursacht 20 plus 20 schon. Ja? Nehmen wir. Und siehe. Spart. Gut. Dann danke schön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.